Routinen und Gewohnheiten von Morgen bis Abend Wie Routinen dein Leben transformieren können Einblick in die Kraft strukturierter Tagesabläufe Dein Lebensrad drehen Zwölf Schlüsselbereiche für ein erfülltes Leben Die zwölf Lebensbereiche Dein Schlüssel zu Glück und Erfolg Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Routinen und Gewohnheiten von Morgen bis Abend Ein Weg zu einem erfüllten Leben Routinen und Gewohnheiten prägen unser tägliches Leben auf eine tiefgreifende Weise Sie formen unsere Handlungen von dem Moment an, in dem wir aufwachen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir zu Bett gehen Diese Gewohnheiten und Routinen sind nicht nur einfache Abläufe, sondern können entscheidende Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, unsere Produktivität und letztlich unsere Zufriedenheit haben Indem du strukturierte Tagesabläufe etablierst, kannst du dein Leben positiv beeinflussen und in Richtung mehr Glück und Erfolg lenken In diesem Artikel werden wir die Bedeutung von Routinen und Gewohnheiten untersuchen und aufzeigen, wie sie dir helfen können, ein erfülltes Leben zu führen Morgendliche Routinen Der Grundstein für einen erfolgreichen Tag Der Morgen ist die erste und vielleicht wichtigste Phase des Tages, die den Ton für die kommenden Stunden setzt Eine gut durchdachte Morgenroutine kann dir helfen, den Tag mit Klarheit und Fokus zu beginnen Frühes Aufstehen Das frühe Aufstehen bietet dir eine ruhige und ungestörte Zeit, die du für Reflexion und Planung nutzen kannst Es gibt dir das Gefühl, die Kontrolle über deinen Tag zu haben, bevor die Anforderungen des Tages beginnen Indem du dich dazu verpflichtest, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen, schaffst du eine Routine, die deine innere Uhr reguliert und dir hilft, besser zu schlafen und aufzuwachen Hydratation Trinke gleich nach dem Aufwachen ein Glas Wasser Dies rehydriert deinen Körper nach den Stunden ohne Flüssigkeitszufuhr und kurbelt deinen Stoffwechsel an Es ist ein kleiner, aber kraftvoller Schritt, um deinen Körper auf den Tag vorzubereiten Meditation oder Achtsamkeit Ein paar Minuten der Stille, Meditation oder Achtsamkeit können Wunder wirken, um deinen Geist zu klären und Stress abzubauen Diese Praxis hilft dir, den Tag mit einem Gefühl der Ruhe und Gelassenheit zu beginnen Was sich positiv auf deine Fähigkeit auswirkt, Herausforderungen zu meistern Bewegung Eine körperliche Aktivität am Morgen, sei es ein kurzer Spaziergang, Yoga oder eine intensivere Trainingseinheit, kann deinen Körper aufwecken und Endorphine freisetzen Diese natürlichen Glückshormone steigern nicht nur deine Energie, sondern auch deine Stimmung, was dich auf den Tag vorbereitet Gesundes Frühstück Ein ausgewogenes Frühstück ist entscheidend, um deinen Körper mit der notwendigen Energie zu versorgen und deine Konzentrationsfähigkeit zu steigern Achte darauf, Nährstoffe zu dir zu nehmen, die deinen Blutzuckerspiegel stabil halten, damit du dich den ganzen Vormittag über energiegeladen fühlst Tagesroutinen Produktivität und Balance Der Mittelteil des Tages ist oft geprägt von Arbeit und anderen Verpflichtungen Doch mit den richtigen Routinen kannst du produktiver sein und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen deinen Aufgaben und deinem Wohlbefinden finden Zeitmanagement Nutze effektive Zeitmanagement-Techniken wie die Pomodoro-Technik, bei der du in konzentrierten Intervallen arbeitest und dazwischen kurze Pausen einlegst Dies hilft dir, deine Aufgaben effizient zu erledigen und dabei konzentriert zu bleiben Prioritäten setzen Beginne deinen Arbeitstag mit den wichtigsten Aufgaben Indem du die schwierigsten oder dringendsten Aufgaben zuerst erledigst, stellst du sicher, dass du deine wichtigsten Ziele erreichst, auch wenn der Tag unerwartete Wendungen nimmt Regelmäßige Pausen Kurze, regelmäßige Pausen sind wichtig, um deine Konzentration aufrecht zu erhalten und Burnout zu vermeiden Nutze diese Pausen, um dich zu bewegen oder einfach nur durchzuatmen, was dir hilft, den restlichen Tag energiegeladen fortzusetzen Gesunde Ernährung Achte auch während des Tages auf eine ausgewogene Ernährung Regelmäßige Mahlzeiten und gesunde Snacks helfen, Energieeinbrüche zu vermeiden und deine Leistungsfähigkeit hochzuhalten Bewegung Integriere auch während des Tages Bewegung in deinen Alltag Ein kurzer Spaziergang nach dem Mittagessen oder einige Dehnübungen am Arbeitsplatz können Wunder wirken, um deinen Körper und Geist in Schwung zu halten Abendroutinen Den Tag friedlich abschließen Der Abend ist eine Zeit, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen und sich auf einen erholsamen Schlaf vorzubereiten Eine durchdachte Abendroutine hilft dir, den Tag friedlich abzuschließen und den Grundstein für einen guten Start am nächsten Morgen zu legen Abendessen Achte darauf, dass dein Abendessen leicht und ausgewogen ist Eine zu schwere Mahlzeit kurz vor dem Schlafengehen kann deinen Schlaf stören, während eine ausgewogene Mahlzeit dir hilft, dich zu entspannen und dich auf die Nacht vorzubereiten Digital Detox Vermeide mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen den Gebrauch von Bildschirmen Das Licht von Smartphones und Computern kann die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon stören und es dir erschweren, einzuschlafen Reflexion und Dankbarkeit Nimm dir am Ende des Tages Zeit, um den Tag Review passieren zu lassen und Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist Diese Praxis fördert eine positive Denkweise und hilft dir, den Tag mit einem Gefühl der Zufriedenheit abzuschließen Entspannungsrituale Widme dich beruhigenden Aktivitäten wie einem warmen Bad, dem Lesen eines Buches oder dem Hören ruhiger Musik Diese Rituale helfen deinen Geist zu beruhigen und bereiten dich auf eine erholsame Nacht vor Schlafroutine Gehe zur gleichen Zeit ins Bett, um deinen Körper an einen festen Schlafrhythmus zu gewöhnen Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützt deine natürlichen Schlafzyklen und fördert eine bessere Schlafqualität Die Kraft strukturierter Tagesabläufe Strukturierte Tagesabläufe bringen eine Vielzahl von Vorteilen mit sich, die dein Leben auf verschiedene Weisen bereichern können Bessere Gesundheit Regelmäßige Routinen fördern gesunde Gewohnheiten wie Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf Diese Elemente tragen maßgeblich zu deiner körperlichen und geistigen Gesundheit bei Erhöhte Produktivität Mit klaren Abläufen und Prioritäten arbeitest du effizienter und schaffst mehr in kürzerer Zeit Dies gibt dir nicht nur ein Gefühl der Erfüllung, sondern schafft auch mehr Freiraum für die Dinge, die dir wichtig sind Reduzierter Stress Vorhersehbare Tagesabläufe reduzieren Unsicherheit und damit den Stress, den du in deinem Alltag erlebst Wenn du weißt, was dich erwartet, kannst du dich besser darauf einstellen und fühlen dich weniger überwältigt Mehr Zeit für Wesentliches Durch effizienteres Arbeiten und klare Strukturen bleibt dir mehr Zeit für die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen Sei es Zeit mit Familie und Freunden, Hobbys oder einfach Zeit für dich selbst Stärkung der Selbstdisziplin Regelmäßige Routinen fördern deine Selbstdisziplin und geben dir ein Gefühl der Kontrolle über dein eigenes Leben Diese Selbstkontrolle hilft dir auch in schwierigen Zeiten an deinen Zielen festzuhalten Routinen und Gewohnheiten sind kraftvolle Werkzeuge, die dir helfen können, ein erfülltes und ausgewogenes Leben zu führen Durch die bewusste Gestaltung deines Tagesablaufs, von den ersten Momenten des Morgens bis zu den letzten Stunden des Abends kannst du nicht nur deine Produktivität steigern, sondern auch dein Wohlbefinden und deine Zufriedenheit verbessern Es liegt an dir, diese Routinen zu entwickeln und anzupassen, sodass sie deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen und dir helfen, das Beste aus jedem Tag herauszuholen Danke für deine 5-Sterne-Bewertung, dein Daumen hoch und dein Like Freue mich auf konstruktives Feedback und Kommentar von dir Mehr im Buch Dein Lebensrad drehen 12 Schlüsselbereiche für ein erfülltes Leben Die 12 Lebensbereiche Dein Schlüssel zu Glück und Erfolg Buch von Markus Flicker auf Amazon und auf www.markusflicker.com